Moin moin meine lieben leute und willkommen zurück hier bei Hogwarts. Heute erledigen wir die Kampfarenen. Wir haben ja schon eine Kampfarena gemacht und heute machen wir mal ein paar mehr. Hier ist zum Beispiel die nächste Kampfarena, die wir nutzen können. So, wir müssen die ganzen Vasen natürlich feststellen. Haben wir ja freigeschaltet durch die gute Frau da, die uns festgegeben hat letztes Mal. Wir machen es heute mal hier so. Da gibt es auch noch draußen welche, guck mal wie viele noch draußen sind. Rebellion. Da auch einige dahinten. Oh, in die Ecke gehen. So, häng ich hier fest? Alter. Rebellion. So, Kampfarena freigeschaltet. Das ist die nächste Kampfarena, die machen wir jetzt auch mal. So, lassen wir mal da hingehen. Können wir direkt anfangen, ohne die Leute da draußen irgendwas zu machen mit. Oder müssen wir erst kämpfen? Ne, können wir direkt anfangen. Bin ein bisschen gespannt, wie diese Arena hier sein wird. Aber so können wir auf jeden Fall die anderen Sachen vollbekommen mit Viechern, die wir töten müssen und so. Kampfarena in der Nordküste, okay. Ach, nicht so. Ach. So, sehr haltsam. Ha. Wenn der... ...kennst du, dass du den Kram bestellt hast, du bist der... Inzentrius. Soll ich beeindruckt sein, dass du ein Patrolle besiegt hast? Bin ich nicht. Okay. Oh nein! Beleil dich! Lass dich! Lass dich nur nicht fassen, nun. Lass mich so! Aber so funktioniert der Brutzgegebar nicht so. Wie bedenkt? Ah, nein. Es reicht aber. Okay, das war ein bisschen blöd gerade alles. Der ist nicht so gelaufen, wie es laufen sollte. Nein! Nein! Oh! 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 So! Mein Gott! Warte, dass das niemand gesehen hat! Nein! 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 Das waren unsere Schnatze. Komm, Trinko! Hältst du dich für gut, Walden? Wo ist der Kobold? Hältst du, lausende! Akio! Tempo! Protego! Luch und Verliere, nicht nur Leif! Beste Romantik! In 10! Protego! Protego! Ah! Ah! Oh! Oh! Oh. Oh! Oh! Hecht! Pflanzen! Nein! Das ist Wahnsinn! Oh Gott! Oh Gott, das ist wieder! Oh Gott! Oh Gott! Protesto! Ach, ich habe einen Züttel! Stufen! Das war jetzt! Oh! Stufen! Hast du einen Moment? Oh! 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 Die Einheit! Achtung! Die Tierwesen sind jetzt sicher. Wir haben noch eine Welle 4. Ja, okay. Die Tierwesen sind jetzt sicher. Die Welle sind einfach zu viel. Letzte Welle, okay. 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 So, ich muss bisschen besser werden, sonst hab ich eigentlich gar kein Leben mehr, wenn man sieht. Da rüberfliegen… Ach, das wird mir total mit. Aronshells, die Zeit nicht mehr, müssen keine Bedeutung, die Spinnen werden sein. Ach, Hesto, Moment. So, Revelyon. Achso, muss man erst mit Arena reden hier? Oder müsste ich halt alle Gegner besiegt haben oder warum nicht? Nee, das geht, okay. Na? Revelyon. Ah, okay, das war's. Okay, wir gehen jetzt da rein, ohne dass wir genug Leben haben eigentlich. Eigentlich nicht so geil, aber... Warten wir mal ausprobieren, der dunklen Künstler. Das heißt, die werden hier ordentlich auf uns draufhauen. Okay, lass mal kurz gucken, pass mal auf. Dann machen wir... Machen wir hier mal einen mit... Dann kommt Ringo. Den nehmen wir auch noch mit. Testen wir mal. Vielleicht schaffen wir es jetzt gar nicht beim ersten Mal, da hätten wir noch ein paar Getränke haben müssen. Aber egal. Den Zauberstamm! Jetzt wollte ich gar nicht landen bei dem. Geschafft! Und es war sogar eine Erschwinderin! Okay. Ah, kommt der Schütze auf! Geht's da oben rum! Okay! Oh, das war's! Das ist ziemlich lang. Neun! Ja, kommt der Schütze auf! 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 Da, geht's! Ich hoffe, ich kann ein bisschen Leben jetzt regenerieren hier, während ich hier rumlaufe und auf die nächste Welle warte. Ein bisschen, ne? Oh. So, entspann dich, mein großer Freund. Das war ganz gut gemacht, ne? Wenn man beide gleichzeitig fertig macht. Vielleicht wachsen ja ein paar schöne Blumen. Du hast doch empfiehlt. Oh, Mann! Ex-Pulso! Kulti! Ich muss gerne Kulti! Kapaz, geh geh! Kulti! 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 Ex-Pulso! Kulti! 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 Was ist das? Komm, trinkst du da! Oh, fertig! Jetzt! Oh! 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 Cool! Oh! 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 Ob weiss! Expulsio! Möchte suppose! Vieles! Impulsio! Julio! Pusakust TUKA! Museum! das war ein cooler kampf es ist zu spät und eine fehler einzusehen das war schon ziemlich cool so die arena auch gemacht jetzt müssen wir hier unten mal gucken die haben wir anscheinend nicht fertig gemacht ich dachte ich hätte die besiegt und das wäre zu ende gewesen aber anscheinend nicht wo warten die jetzt noch mal da setzen wir den wegpunkt hin und dann fliegen wir da kurz hin aber die müssen wir auch noch mal mitmachen auf jeden fall dann wollen wir alle arenen haben habe ich doch kein wegpunkt hin gesetzt so wir haben jetzt war schon mal gemacht gerade eben aber war da anscheinend mit dem aber hier ist noch ein flugpunkt den wir auch noch mitnimmten wofür die hier so gut sind weiß ich jetzt eigentlich auch nicht aber wenn sie schon mal da sind hier waren wir doch schon aber egal machen wir noch mal anscheinend hat er die nicht registriert dass wir die beendet haben schade eigentlich aber die waren jetzt auch nicht so schwer glaube ich aber ich weiß es nicht mehr also es ist immer gut wie gut man getroffen wird gleich schon die richtigen machen genau Das war jetzt auch nicht so schwer. Ich werde da nicht loswerden. Kultio. Oh. 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 Kultio. Kultio. Okay. Oh, schön, ja. 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 Ich glaube, mehr Kampfharringen gibt es hier gar nicht, ne? Hier steht immer drin, dass ich bekämpfe, aber es ist kein Geschafftzeichen drauf, ne? Das ist ein bisschen schade, aber gut. Hier gibt es auf jeden Fall noch recht viele Seiten, hier auch, also man kann schon nach und nach sehen, wo noch Seiten fehlen. Das machen wir, 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 das machen wir auch noch, aber jetzt wollen wir erstmal Schluss machen für heute. Guckt Bilder, guck mal, da gibt es eine kleine Rache. und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, tschüss